Willkommen zur neuen Philosophie-Runde. Heute... Wo befinden sich die restlichen Stürme, die hier zwar angeschrieben sind? Oh, Hellstorm ist gerade down, also der rechte Sturm hier hat sich gerade aufgelöst. Hoffen wir mal, dass das jetzt Nordwatch ist. Nordwatch Ritual Site. Das ist nämlich das nächste, was ich bräuchte. In der letzten Folge hat sich dieser Punkt hier, dieser Kreis, als Fake herausgestellt. Das ist kein Sturm. Bergmanns Weh. Das ist echt eine merkwürdige Frage. Findet irgendwer... Achso, da sagen wir noch ein... Dwemerfluch, gut, da wissen wir, was Dwemerfluch ist. Das heißt, wir... Das Düsterwald und Bergmanns Weh, die fehlen noch. Düsterwald klingt jetzt nicht nach... Düsterwald klingt jetzt nicht sehr stark nach... Es ist hier unten. Bergmanns Weh... Jedoch könnte sich hier befinden. Ich habe eine starke Vermutung, dass hier einer sein muss. Der könnte aber auch hier irgendwie sein. Das ist eine gute Frage. Düsterwald. Oder ist doch hier unten irgendwie einer? Neben Labyrinthion. Was hier vielleicht einer ist? Also, die Karte... Ey, das Blatt piek. Warte mal eben. Die Karte sagt nämlich hier nichts. Wisst ihr, was ich hasse? Ich bin heute bestimmt auf mehreren Internetseiten gewesen und ich muss überall diese scheißverdammten Datenschutzerklärungen eingeben. Ey, das ist so eine Kacke. Jedes Mal, das geht mir so auf den Sack. Ne, das ist eine Landschaft. Aber... Hä? Das ist einfach nur nichtssagendes Landscape. Da ist ein Sturm. Den haben wir aber ja schon. Das ist halt eine Vermutung. Ich könnte auch mal gucken, ob ich eine andere Karte finde. Das tue ich auch mal eben. Elder Squad. War doch Zeit, essen zu gehen. Ich habe nämlich Hunger. 20 Uhr schon. Elder Squad Online Car... Ne. Grey Moor Map. Ich gebe mal direkt... House Storm ein. Ich gebe House Storm ein. Google schlägt vor Drämeröl. So sieht es aus. Können auch noch ein YouTube-Video nebenbei schauen. Äh... Okay, jetzt bin ich auf eine Seite gelandet, wo ich überhaupt nicht hinwollte. Die mir nichts nützt an der Stelle. Ach, Harry Storm ist auch noch ein DLC. Toll. Ist schon wieder Chillbane auf? Ey, das dritte Mal. Das dritte Mal. Innerhalb kürzester Zeit. Drei Folgen. Drei Chillbanes. Gibt's nicht. Puh. Puh. Na, ich brauche wirklich eine Map dafür. Guck mal gleich, dass ich irgendwo eine Map finde. Puh. 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 Gut, mal gucken, ob ich Greymoor hier finde. Weil ich muss nach Greymoor. Puh. 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 pá. Puh. Puh. Immer schön drauf achten. Puh. 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 alles geil game-maps.com auch schön detailliert also sogar in farblich markiert das gefällt mir auch sehr gut die werde ich mir auch mal speichern so zack speichern was könnt ihr mir helfen? was könnt ihr helfen? was könnt ihr helfen? da grimoire schwarz marsch da will ich hin so was kommen wir mal hier? da habe ich ein bisschen den überblick so ein sturm ist nachtstein dort habe ich schon ah meines lemon also das ist bergmanns weh hier hier da ist er in der zone war ich noch nie also da ist er also denn du hast bangen das ist dieser eine den wir schon gefunden haben ah ja und gloom forest ist tatsächlich unten da also wie meine vermutung hat sich bestätigt warum kriege ich so viele e-mails toll gut also da und da da weiß ich zumindest dass hier dass da die stürme sind ja ist die frage gehe ich jetzt runter? ja ich tue es mal ich will auf jeden fall mal die stürme auf der karte an dass ich schnell dahin scrollen kann naja das ist interessant gut dass ich die da gefunden hab also die stürme sind zeitfresser dreimal chillbane ist total guter der sau dann können wir diesen typen den top voll gold mit mal abgeben der wird mir auch schon auf der karte angezeigt also ich lauf hier in die falsche richtung hab ich schon gesagt dass ich schwarzmarsch hasse wie ist denn die welt hier eigentlich schwarz weiter ok ich lauf hier immer weiter nach rechts unten alter ich will in die eine richtung meine fresse ich will nach norden egal wie weit ich gehe ich gehe mir in die falsche richtung da ist bergmanns weh zumindest erkunden dass ich die auf der karte hab das gefällt mir jetzt schon nicht dahin wieder hin zu rennen zu müssen gott richtiger weg ich glaube am besten nehmen wir dann den kasteck raum und springen dann hier den weg runter das glaube ich am einfachsten bei denen natürlich dann diesen die weg mag oh der ist sogar an scheiße auf mich erreicht das noch oh oh hey ja nö ist klar die gegner sind irgendwie gefühlt viel stärker hier naja harry hat bezahlt wenn wir bei den runden werden kurzlegig sein wie sollen wir das so präglich schaffen kräftige kräftige Der ist da unten mal weg. What the fuck Sonst ist alles gut ja. Die Ferne verschwindet. Jetzt ist euresgleichen umsonst gestorben. Ja cool. Okay das war heftig. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass da an ist. Die kriegen einfach mal stärker sind als oben. Das ist doch logisch. So der nächste ist hier so in der Kante. Da müssen wir in die Richtung. Geht das auch an? Boah was haben wir dann für ein Glück? Hoffentlich kriegen wir den auch noch. Laut meiner Berechnung müsste der ja gerade erst angegangen sein. Ey das ist Glück. So einmal reinpiksen reicht schon. Und der hat auch gerade erst begonnen. Dann muss ich das auch noch. So. 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 Ihr könnt den Sturm nicht ersticken! Hört sich vor und schießt euch euren Kameraden in dieser Welt an! Euer Ring! Verteil dich die Dornen, ihr nahmst! Das Ritual muss weitergehen! Ja, was macht denn der Wolf bei mir, ey? Boah! Und selbst wenn die Winde sterben, dieser Sturm hat seinen Zweck erfüllt! Oh! Alter! 1000 Schaden? Ja ne, ist klar! Sonst alles gut! Das hätte ja mal mich gewone-hitted! Einfach mal so! Uh! Ails! Einen.... Oh! Ohne! Zwerg aus! Bäh! Bäh! Oh! Ya! Oh! 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 Ein bedeutungsloser Sieg. Ihr habt ein Exemplar von Hunderten zerstört. Euer Kampf muss in Scheitern enden. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Stürme. Und das in der von zwei Folgen. Das ist wiederum gut. Ich mache übrigens direkt zum nächsten, weil es kann durchaus sein, dass hier der nächste angeht. Also hier ist die Chance höher, dass man einen gekriegt, den man noch nicht hat. Ja, aber so nicht. Guck mal hier, die Steigung nicht hoch. Scheiß Troll. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Also wenn Spiele da sind, dann funktionieren die Stürme wenigstens. Wenn das so leer ist oder keine Spiele da sind. Spielär. Bringt das wenig. So, ich weiß, wo die Stürme sind. Wir finden noch zwei. Ne, stimmt gar nicht. Mir fehlt einer noch. Der. Und dann oben. Nordwatch. Die allerdings werden wirklich eine Plage, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wann der angeht. Headstone, Nachtstein. Ja, das ist der. Aber jetzt habe ich wenigstens, äh, statt. Eine Handvoll Stürme, die offen sind. Nur ein Sturm, der offen ist. Wir können mal, weil es nämlich ziemlich in der Nähe ist, hier hin. Und mal eben die Quest machen, ja. Hat sie erledigt. Was war das bitte? Warum ist der jetzt angegangen? Das widerlegt ja meine These. Oh, ist das auch scheiße zu erreichen, ne? Was war das? Okay. Wegschreien. Scheiße. Ich will noch abwarten. Was heißt, das wieder liegt? Also es heißt, ein Achtstein ist jetzt an und dieser hier. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Kann ich übrigens ein tolles Bild machen. Na, das ist ein Ding. Vielleicht ist der andere jetzt aus und jetzt kommen sie her. Oh, das sind aber nicht gerade viele Leveler. Aber gut. Ja, die kommen so langsam. Ja, nicht schlecht. Okay, es funktioniert. Wer hat es, als ich dachte. Aber gleich nur noch eine Outmatch macht übrig. More pigs. More pigs. Der Austausch ist abgeschlossen. Das war's. Oh, das ist ein Ding. Ja, ich habe ihn auch. Ja. Ja, ich habe ihn. Das ist auch der andere Anläufe. Ja, ich habe ihn. Der Uftausch steht kurz vor dem Abschluss. Bei uns eure Freiheit verbreicht es vergessen. Nee. Ich werde ja förmlich zerexelt hier. Beginnt den Austausch. Dieses Reliquiar ist fast. Tötet vor und schließt euch euren Kameraden in dieser Welt an. Meine Fresse. Eine reichhaltige Ernte. Eine fruchtbare Ernte. Sie folgen dem Ruf. Warum hängt er euch da hinten ab? Kommt doch immer mehr in die Mitte, Leute. Es ist doch kein Wunder, dass ich dauernd sterben bin. Da hängen sie hier hinten mit, äh, äh, wobei 9 und, äh, 28, äh, da werde ich auch vorsichtig, das stimmt. Die Stimme töten einen. Dieses Reliquiar ist fast voll. Der Austausch ist abgeschlossen. Das Reliquiar ist bereit. Das Reliquiar ist bereit. Das, das kannst du nicht, äh, ff. Schauen wir uns mal zu. Weil das ist, das ist wirklich sauschwer. Wo sind die ganzen Leute, ey? Boah, das kostet Seensteiner, Jungs. Und Mädels. Eilige Scheiße. Warte mal gucken, wie viele Seensteine ich hab. Kann man das irgendwo sehen? Oder halt? Komm nicht weiter Oh, verteidigt die Saune, ihr Nass-Ton Gehorcht den Pakt, Kreatur der Leere Mann, der ist aber schwer Aber heiß Geh, Geh, Geh Geh, Geh Das Reliquia! Nein! Dafür wird ein Paar sich zu fragen sein. Och, hey. So, jetzt haben wir nur noch einen vor uns. Meine Fresse, wie schwer ist das bitte? Gut, das war einer.